Mein Herz ist nur eine Doppelentwicklung. 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 Du bist bisher von den neueren Leuten, die auftauchten, noch einer der sehr sympathischen auf jeden Fall. Die auch gerne hierher kommen können und auftauch bleiben können. So, eine Doppelentwicklung. Na komm. Yes! Ja! So ging aus, ganz klar. Drachenboot. Sowoll. Und erst Treffen. Und Ready-Treffen. Komm. Du gut. Richtig ins Gesicht. Richtig ins Gesicht. Nein! Nicht so! Ohohohoho. Du verdienst Geld. Du verdienst Geld, indem du bei mir hier im Stream aktiv bist. Oder allgemein bei Leuten, die halt diese Erweiterung im Stream haben mit den Pokémon. Wenn du bei denen allgemein aktiv im Chat dabei bist. Des Weiteren, ähm, wenn du, warte, geh da selber auch mal drauf. Wenn du auf der Erweiterung bist. Und dann klickst du auf den Pokéball in der Mitte. Oben. Also oben hast du diese sieben Zeichen und in der Mitte ist ein Pokéball. Da siehst du Jonas Wagen und Demon Rider. Das sind die beiden Entwickler davon. Wenn du den beiden auf Twitch folgst. Bekommst du noch mal insgesamt 10% mehr Geld. Aber an sich das Geld verdienst du neben du aktiv. Oder wenst halb aktiv. Wenstens da sein im Chat bei Leuten, die diese Erweiterung haben. So, probier's aus. Drachenwut. Oh, nicht so gut, nicht so gut. Aber nicht so schlimm, glaub ich. Hoffentlich. Sehr gut. Nochmal. Ah, noch gut. Jetzt ein Hyperstrahl und ein Sende. Sehr, sehr gut. Ich würde sie auch gerne mit Lab ausprobieren, ne? bin ich noch zu ängstlich ich glaube noch nicht dass wir es hinkriegen da wirklich ein paar level mit worten wir nehmen erstmal brocken gekommen so bisher ist die taktik nicht gut sehr schön super guter erster kampf der kann ich so wenig bei sehen lassen also auf zu messer free xp So far. So far. Auch das werden wir noch richtig souverän hinkriegen. Der wirkliche random shit beginnt der erste, dann gleich mit Agatha. Agathe, Agatha, irgendwie so. Ihr vergesst halt jedes Mal wieder. Jawoll. Und nächstes Mal wird es weiter leichter. Ja. 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 hier. So. Obst alle? Man sollte es auch richtig schreiben. Da. Gut. Next one. Jetzt kommen Gengar. Gengar, Gengar. Apollo. Arbok. Und Gugelbatz. Du 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 du. Okay, lass ich. Kein Problem, Gengar. So. First try. Hydro-Puppe. Nicht one-hit, aber fast. Ja, ist fast. So, bitte. Luck. Auf meiner Seite. Yes. Sehr gut. Aber ich komme lange in dem Bereich, wo ich hin will, dass Gyarados viel, viel mehr macht. So, gut, weiter, weiter. Wir sind bei über 12 Stunden. Egal. Komm, du it. One hit. No. Ach, komm ey. Was habe ich jetzt gemacht? Ferfer, ne? Ah, eins zu wenig nach unten gedrückt. Na, ich soll's auch noch lassen. Egal. Ok. Alporlo krieg dir die volle Breitseite. Jawohl. Das könnte ein One-Hit sein, oder? Was? Na, passt. Das machen wir jetzt kaputt mit Surfer? Jawoll. Ja, nice. Turturk 61. Wogegen A-Bog, ich hab glaub ich noch einen Hyperschall auf dem Offen, ne? Ja. Perfekt. Hmhm. Wäre gut. Und ging gängig jetzt nochmal in eine Hydropumpe. Ein Wildes Felino, ich glaub das hab ich aber schon. Glaub das hab ich schon. Nee, hab ich noch nicht. Na dann, let's go. Hm, meine Hydropumpe ging daneben? Schlecht. Schlecht. Das ist schlecht. Aber gut, ein Surfer ist auch in Ordnung. Cool ist ja, dass Gyarados im Mittlevel auch schon gestärkert ist, das stärkste Agatha-Pokémon, Agatha-Pokémon ist. Und ich glaub das ist jetzt sogar so stark wie ein Dragoa, ne? Und ich glaub das ist jetzt sogar so stark wie ein Dragoa, ne? Ich glaub das Dragoa haben wir auch noch auf Level 62. Das heißt mein, allein mein, mein äh, Gyarados ist jetzt schon so stark wie der stärkste Pokémon. Der Top 4. Ich glaub eins gegen eins kann's mit jedem was aufnehmen jetzt. Ass. Ah, Felinos weg, schade. Wir sind wieder sehr gut right am Ende. Schon ein guter Run bisher. Wir kommen auch an einem Ziel mehr näher. Es wird immer, es wird immer besser. Dann frage wann das hier, äh, das Gyarados hier vielleicht nicht die beste Wahl ist. Ist jetzt egal. Leben wir jetzt mit? Ist in Ordnung so. Es dürfte aber jetzt nicht tot sein, oder? Ne, ich glaub der hat noch einen kleinen AP übrig. Hmm, jetzt gibt's jetzt mal einen Trank, oder? Ne, ah nice. Komm, der Taugen weg, bitte. Du kannst das, ich weiß das. Do it. Nein, das gibt einen Übertrag. Oh, Hyperstrahl. Aua. Aber überlebst du, komm. Jawoll. Und tschüss. Sehr gut. Richtig gut, Garados. Richtig gut. Richtig gute Arbeit diesmal. Ich versuch das mal nochmal wieder beheben. Ich nehme das wieder gegen die beiden Dragoneers nämlich, Glurak. Und dann nämlich, Turtok. Die dürfen nur nicht ihre scheiß Eissträler nutzen. Hyperdrang ist in Ordnung. Das Ding ist, Schlitzer haut immer so sehr rein. Dann nehmen wir das, äh, Glurak dann so stark, dass dann die Schlitzer One-Head machen. Ein Donnerblitz bringt ihm da auch nichts. Wenn das nächste Dragoneer aber Eissträler macht, dann muss ich wieder Garados einwechseln. Definitiv. Aber erstmal versuch ich's. Ja. War klar. Außer Überlebtes, das wär ganz geil. Ne. War klar. Schade. Dann rück ich jetzt wieder Garados raus. So. Und ne Drachenwut. Dann hast du nämlich weg. Nice. Und jetzt hol ich Turtok. Ja, jawoll. Aquaknarr, nice. Hier, Level to go. Dann haben wir nen Lamos. Hm, heul er weg. Das sieht aber wirklich von Mal zu Mal besser aus, ey. Krass. Hydro-Pumpe. Aua, Hyperstrahl. Ah, das muss doch nicht sein. Also lieber einmal reinzumachen, ne. Messvieh. So. Sehr gut. Sehr gut. Bisher geht mein Plan mal auf. Blizzard. Mr. Swan hitten. Sehr gut. Wir gehen mit fünf Pokémon ins nächste, in die letzte Runde. Hier ist mir sogar mit Garados. Welcher sogar anfängt. Das sag ich's. Wir kommen auf jeden Fall bis zum Simsalider mit. Und bei Simsalider müssen wir gucken, wie wir ihn einwechseln. Mal wieder mal bis zum Champ. Also Siegfried und Champ sind mittlerweile im Durchschnitt. Das haben bisher zwölf Stunden Arbeit gebracht. Haha. Alter Schwede. Ja. Komm Daniel, erst mal richtig platt. Garados! Surfer! Pfff. Ach, Glück gehabt. Diesmal Garados beste Arbeit geleistet. Aber richtig gut. Hier kommen Simsalider. Und ich versuche es einfach mit einem Surfer. Das ist die Stärkste, die ich jetzt gerade machen kann bei ihm. Er ist nicht One-Hit, aber es ist gut. Er macht Genesung. Jetzt kann ich ihn nochmal angreifen. Hat er noch weniger HP? Äh, KP? Wenn er jetzt nochmal Genesung machen würde, dann wäre das richtig geil. Macht aber nicht schade, war klar. Das ist aber nicht so schlimm. Jetzt hole ich... Oh, ich habe auch noch ein ganzes Bieter Floor. Krass. Ähm... Poolzog. Hydro-Pompe. Ja. Geilo! Ich habe gar keine Gluracrenme gerade, ne? Das ist gegen Kokoway extrem scheiße. Was mach ich denn jetzt gegen Coco, weil... Muss ich mit Stinks versuchen? Das muss ich als mit Brokkoli versuchen. Der Schneider. Ja. Ob ich mal das nicht nochmal? Das war dann ein Zuchter nämlich. Ja, war klar. Scheiße. Na. Nein. Okay, Stakate ist ja nicht so schlimm. Macht das nicht so viel Schaden. Komm wieder, Flore, wach auf. Das wird gerade richtig knapp, ey. Richtig spannend. Komm wieder, Flore, wach auf. Hast du Rippen aufs Maul bekommen? Wach auf. Ach komm. Ist ich okay, ne? Nee, Schlampfe. Aua. Wach doch auf. Alter. Wie viel muss man denn in die Fresse kriegen, damit man aufwacht? So Team schlafen war nicht mal ich. Alter, wach auf. Und ich könnte es noch hinkriegen jetzt. Und ich könnte es noch hinkriegen jetzt. oder? Boah, dass er mich jedes Mal wieder schlafen legt, Alter. Ja. Sehr gut. Weg mit dir. Boah. 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 Goom. Boah. uccision. Boah. Boah. Ausschuss Auch das mach ich jetzt mit Rasierblatt Und dann ist hier nämlich Ende, Alter Das hält ja nämlich nicht aus Nie im Leben Boah Leute Ich opfer ins Pisa-Floor Aua, nicht so opfern Das war schlecht Das war so nicht geplant Aua Er hat noch Hydro-Pumpen Leute, wir haben es geschafft Nach zwölf Stunden Und dann habe ich halt dringend Zwölfe und halb RIP, Daniel Boom Leco mio, ey Ich habe das heute noch Ei, 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 ei Wir haben es durchgezogen, Alter Zwölfe und halb Stunden habe ich es durchgezogen Und ich habe es geschafft Ei, ei, ei Ohne Tränke Let's go Geil, dass ihr mit durchgehalten habt, ey Boah Dein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020